Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 58.500 US-Dollar. Es ist über das Wochenende nicht wirklich passiert, nachdem wir letzte Woche unseren großen Abverkauf in Richtung 48.000 US-Dollar haben, gab es eine Erholung in Richtung 62.700 US-Dollar. Dort oben lag aber eine Menge Widerstand, den wir jetzt erstmal angetestet haben. Ob es jetzt schon wieder war mit der Erholung und wir nochmal tiefere Kurse sehen, oder sogar nochmal unter die 48.000 US-Dollar runtergehen, denn das schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video an. Wir werden natürlich auch auf Ethereum, Gold und auf die ganzen anderen Dinger schauen, wie die Stockmärkte etc. pp., was die Woche so ansteht. All das besprechen wir jetzt im heutigen Video. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinjoin, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos, wie immer in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch eine Börse zum Trading sucht, kann ich euch weiterhin nur meine Börse Bingings empfehlen. Dort gibt es alles, was wir hier besprechen. Auch zum Trading. Außerdem natürlich auch die ganzen Spot-Dinger, die wir auch alle eingekauft haben. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 58.500 US-Dollar. Nach dem Abverkauf von letzter Woche, ich glaube, na was, Sonntag auf Montag müsste es, glaube ich, gewesen sein. Genau, Sonntag auf Montag hat sich der Kurs sehr, sehr schnell wieder nach oben hin entwickelt. Es gab letzte Woche aber auch keine signifikanten negativen News mehr. Es gab keine weitere Eskalation im Nahen Osten bisher. Könnte aber sich jetzt durch die ganze Olympia-Sache eventuell ändern. Und gestern wieder Brand im AKW in der Ukraine. Also da wieder ein bisschen mehr Unsicherheit. Was aber trotzdem charttechnisch hier das Ganze anbelangt. Jetzt mal nur rein technisch gesehen. Wenn wir unser FIP-Level von hier oben von unserem Top bei 70.000 US-Dollar bis runter zu 48k ziehen, sind wir jetzt genau im Golden Pocket gelandet. Wir haben den Monats-Pivot von unten getestet. Wir haben das Golden Pocket getestet von dieser Abwärtsbewegung. Also zwei negative Tests, wo wir abgelehnt wurden. Was mich ein bisschen stört, ist aber ehrlich gesagt, dass dieser Move nicht nochmal oben abgeholt wurde. Also wir haben hier noch einen kleineren WIG. Auf dem 4-Stunden-Chart sieht man es ein bisschen größer. Wir haben hier oben noch so eine kleine Ineffizienz dieser Markt, die sich nicht nochmal holen könnte. Weil das wäre dann für mich eigentlich so das perfekte Short Entry dann nochmal gewesen. So kann man es ehrlicherweise sagen. Hier seht ihr es auf dem 4-Stunden-Chart nochmal deutlich klarer. Dieser größere WIG sollte eigentlich nochmal abgeholt werden. Kann aber eventuell im Laufe der nächsten Stunden dann noch passieren. Denn jetzt kommt der nächste Move. FIP-Level von unserem Tief zu unserem derzeitigen Top hochziehen. Da sehen wir, okay, die 55.8 bzw. 53.7. Dort liegt das nächste Golden Pocket bzw. das 0,5er Fibonacci Retracement Level. Sollten wir hier wieder Support finden in dieser Gegend, können wir nochmal hier oben vielleicht einen Versuch starten bei 62.800. bzw. 63.900 US-Dollar hier reinzuschorten. Trotzdem muss man ehrlicherweise aber sagen, übergeordnet ist das Ganze nicht wirklich bullisch, was hier momentan, sag ich mal, abgeliefert wird. Nachdem wir jetzt erstens diesen rasanten Abverkauf hatten, diese Marktkorrektur hatten und jetzt diese Erholung in das Golden Pocket rein mit eben diesem blöden Retest hier rein, muss man sagen, dass das nicht wirklich bullisch ist und man eher davon ausgehen muss, dass das Ganze dann sogar nochmal tiefer gehen wird. Wir haben immer noch, sag ich jetzt einfach mal so, Sommerloch, August. Das kann sich alles locker noch ein bisschen ziehen. Und was man auch dazu sagen muss, ist, dass wir auf Daily-Sicht, und das zeige ich euch jetzt auch nochmal ganz kurz, eben diesen massiven Wig hier nach unten drin haben. Also hier die 48.800 US-Dollar-Marke, massiver Wig auf dem Daily. Und ihr wisst, normalerweise werden diese früher oder später immer noch geholt. Und dann wird es eben spannend, dadurch, dass wir hier unten sehr wenig Liquidität in diesem Bereich haben und hier aber auch trotzdem noch einige liquidiert werden könnten, wäre dann sogar nochmal ein Move auf 44.000 US-Dollar, auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Also so richtig raus aus dem Ganzen sind wir nicht. Ich habe letzte Woche sehr, sehr viele Altcoins gekauft, habe ich euch ja in der Telegram-Gruppe mitgeteilt. Trotzdem, ein bisschen Kapital sollte immer noch beiseite liegen bleiben, weil dieser massive Wig normalerweise noch geholt werden sollte. Und jetzt haben wir eben auch die Struktur in den kleineren Timeframes, wo es eher danach aussieht, mit eben diesem Pivot, mit dem Golden Pocket in diesem Bereich, sollten wir hier nicht drüber schließen. Mit einer Daily Candle sieht es eher danach aus, dass wir uns dann nochmal in Richtung 48.000 US-Dollar auf den Weg nach unten hin machen und dann entweder kriegen wir einen doppelten Boden oder wir lecken komplett nach unten hin ab und es geht in Richtung 44.000 bis 45.000 US-Dollar. Also so richtig bullisch bin ich ehrlich gesagt noch nicht für mich. Einfach weiterhin noch ein bisschen Unsicherheit, Akkumulation, das ist hier irgendwie immer noch das Zauberwort DCA, rein in den Markt akkumulieren bzw. per DCA immer weiter nachkaufen, aber jetzt keine riesen Mega-Long-Position hier eröffnen. Wie gesagt, schade, dass am Wochenende jetzt dieser Move hier stattgefunden hat und wir keinen Doppeltop reingekommen haben, dann wäre es der perfekte Short-Entry gewesen. Aber nächste Chance kommt bestimmt. Ethereum relativ gleiches Spiel, hier sind wir nicht ganz, also an den S1 sogar nicht mal rangekommen. Wir haben die Ineffizienz nicht gefüllt, ihr könnt euch noch ein bisschen an den Plan von letzter Woche erinnern. Also ziemlich gleiches Bild wie eben hier auch bei Bitcoin. Hat sich nicht wirklich was geändert, wäre trotzdem weiterhin so mein Favorite gewesen, dass wir eben dann im Endeffekt hier hochgehen bis zum S1 bzw. bis auf 2.900 US-Dollar bis zum Golden Pocket. Noch nicht so gekommen, sollte es noch so kommen, auch hier mal im Hinterkopf behalten, wäre eine kleine Short-Position auf jeden Fall im Bereich des Machbaren. Ansonsten lasse ich hier erst einmal die Finger davon. Wir hatten jetzt hier die ersten drei Impulse. Kann gut sein, dass wir jetzt dann erst einmal runtergehen, bevor wir nochmal einen neuen Anlauf nach oben hin starten. Schauen wir uns mal ganz kurz die Bitcoin-Dominance an. Wie sieht die aus? Die ist weiterhin am steigen, ist auch komplett eskaliert nach dem Dump letzte Woche. Also auch da sieht es weiterhin nicht nach einer Altcoin-Season derzeit aus. Ja, Gold, was macht sich da? Wer nicht mehr lädt? Perfekt, unsere Short-Position läuft weiter in erster Mal. Long-Position, wer sich daran erinnern kann, letzte Woche war geplant hier unten. Ich lasse den grünen Bereich trotzdem mal hier unten drin bei knapp 2.350 US-Dollar, weil es immer noch so meine favorisierte Gegenposition dann wäre. Das heißt, Short-Position bleibt. Zwei Take-Profits wurden genommen. Dritter wäre dann hier unten in der grünen Box und gleichzeitig wäre die Hedge-Long-Position. Das heißt, 50% der Positionsgröße, die wir hier von der Short offen haben, werden wir dann hier unten für die Long-Position öffnen. Das bleibt auch weiterhin so. Den Plan halte ich fest. Einerseits wegen dem WIG, den wir hier haben. Auch dieser sollte noch gefüllt werden auf dem 4-Stunden-Timeframe und natürlich 1-Stunden-Timeframe. Und weil wir hier unten die meiste Liquidität liegen haben, plus den S1-Monats-Pivot, der hier unten auch noch sich befindet. Können wir mal gucken vom Support-Technischen. Wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, auch hier mit dem FIP-Level gezogen von unserem Top zu unserem Tief. Sehen wir, dass wir jetzt auch hier schon zweimal am Golden Pocket abgelehnt werden würden. Eventuell werden wir auch hier die Position nochmal vergrößern, aber das entscheide ich dann so in den nächsten Stunden. Vor allem, wie wir dann zum US-Opening dann eben dastehen. Ansonsten ist das weiterhin der Fahrplan. Ja, DAX schauen wir uns auch nochmal an. Auch hier perfekte Erholung. Bisher zumindest, ich warte hier noch bis auf die 18.100 Punkte über dem Golden Pocket. Direkt am S1 bei eben diesem kleinen Gap-Doff, das wir hier noch auf 4H haben. Dass wir uns auf die Position einfach verdoppeln. Short läuft weiter. Wir haben drei Take-Profits genommen, also perfekte Entry. Wenn wir dann hier eben noch dieses Lower-High reinbekommen, eben mit diesem Retestence-Golden-Pocket, können wir hier die Position verdoppeln und den nächsten Legdown nach unten hin mitnehmen. Das ist jetzt erstmal so der Plan. Da hat sich auch zu letzter Woche nichts geändert. Und genau, Euro gegenüber US-Dollar. Auch hier wurde ja der Short abgeholt. Take-Profit 1 nehmen, Stop-Loss-Entry habe ich ja zu euch gesagt. Ansonsten tut sich hier derzeit auch nichts. Also man muss sagen, bis auf Bitcoin-Erholung sind die Märkte relativ ruhig. Wir haben keine Altcoin-Season, wir haben eigentlich gar nichts. Das ist weiterhin eher Akkumulations- bzw. DCA-Zeit. Warten wir mal ab, was heute bzw. diese Woche noch passiert. Wir haben, wie gesagt, keine Olympischen Spiele mehr, wo ja öfters mal ein bisschen Friedenszeit so ein bisschen gewahrt wird. Ansonsten, ja, das, was mit der Ukraine da momentan wieder ein bisschen passiert, schauen wir mal. Und was vor allem im Nahen Osten noch so abgeht. Also da könnte diese Woche noch einiges auf uns zukommen. Ich rechne eher mit bearischen Zeichen anstatt mit bullischen. Aber gut, ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Aber ihr könnt auch gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt von dieser Woche. Bullisch, bearisch, schreibt es unten rein. Unterstützt ein bisschen den Algo. Und ja, ansonsten würde ich sagen, würde ich euch einen schönen Start in den Tag lassen. Lasst es euch gut gehen bei dem guten Wetter. Und wir hören uns auf jeden Fall dann, denke ich, morgen wieder zu einem kleinen Update-Video. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay quick.